Der Top-Botter ist Haka-Gi Nao-Kan. Wir sind alle einzeln als Gruppen. Als wir auch noch mal die Teilnehmer tanzen. Es wird noch ein Publikum einsehen. Lasst euch anstrecken von den Teilnehmern. Das war Tina Böttcher und Laura Reutzel und Silvana Müller als Sailor Iron Maus. und Luna in der jungen Form aus Sailor Moon. Es ist so ein schöner Tag. Ich freue mich schon auf ein Picnic mit meinem Atemis. Ich habe so viel zu essen dabei. Ich bin mal gespannt bei meinem Kopf. Was willst du Ratte denn hier? Ich bin keine Ratte von einer Maus. Es geht wieder essen. Ich glaube du spinnst. Wer glaubst du wer du bist? Ich bin ja eine Maus. Im Namen des Hungers werde ich dich bestrafen. Das werden wir ja noch sehen. Pass bloß auf, sonst hole ich mir deinen Sternen-Kristall. Ich bin ja eine Maus. Du hast das nicht immer gut gemacht. Oh, das ist so komisch. Endlich ist diese Blöte mal sowas zu brauchen. So, und was mache ich jetzt mit euch, zwei Hübschen? Na, ich weiß. Und jetzt hätte ich von euch gerne ein Sexy Manifest. Na, das war ja wohl eindeutig. Jetzt weiß ich auch, warum es Catwalk heißt. Sailor Iron Maus, ich habe heute leider kein Foto für dich. Das wollte ich schon immer mal sagen. Die Moral von der Geschichte? Wenn zwei sich reiten, freut sich der mit der Zauberflöte. Das war ja süß,quin